So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Diesmal suchen wir unser Werkzeug, was wir vermutlich dahinten am anderen Ende der Stadt finden werden. Tun wir es mal kurz ein wenig eindecken hier. Kommen da, nehmen wir alles mit hier. Ja, bis Klebeband klingen. Gucken wir mal, ob wir was bauen können. Natürlich nicht. Ah, wunderbar. Das ist so schön. Wie sieht meine Energie aus? Die müsste auch ziemlich bescheiden sein. Plan ist immer gut. Ein Blatt ist immer gut. Das Ding ist so gut wie im Arsch, nehmen wir ein Neues mit. Was natürlich sehr logisch ist. Was haben Sie da passiert? Da kommen niemanden. Können Sie da auch ein Schachspiel machen? Ja. Ich meine, da haben wir nichts zu tun, ne? Trainingsbücher, Vergeschaltungen, Impressierte Objekte. Uh, Positionen. Hast du jetzt alles? Fertig. Alles. Wo sind eigentlich die Kleine? Ah, kommt die mit? Oder bleibt die da? Das ist hier die Frage. Okay, Licht. Los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß nicht machst, will. Ja. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Das ist mal wieder sehr spannend hier. Du hast nicht übertrieben. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Ja, die Tess ist ein guter alter Tess. Die kleine Göre. Wo die ist? Das können wir dir direkt sagen. Sie liegt mit etwa fünf Kugeln in der Brust und der Lobby. Also wo geht's hin, Bill? In mein Zweitverstück. Ich steckte einfach durch. Ja, ein Waffenlager. Wattentyp. Wattentyp. Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos, Bill? Komm. Sonst alles vollkommen. Wir müssen zur anderen Seite der Stasch. Gabeln. Dann ist was? Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay? Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Alter. Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Schön. Oh, der pinkelt aus dem Hall. So. Hm. Und, äh, warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß... Warum habe ich nicht eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Ja, labern können wir später. Komm jetzt. Mist. Macht euch bereit. Oh scheiße. Uhuhu. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Die Flicker hier wie ihre Vorhörte da. Oh scheiße. Ja, zu viele Flicker, zu viele. Oh scheiße. Nein, 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 nein. Die Kniffe. Ahhhhh Aaaaah Du bist eine Lampe Aaaaaah Klicke Ich hasse Ich hasse es Jawohl So Erstmal die normalen Kompis hier zu Brei schlagen Verschütten Blicke Er stirbt schon Geht das nicht? Was gefällt meiner Freundin? Ja So Leute Wo haben wir eigentlich meine Kinder? Nachlagen So Dann kanns ja endlich mal losgehen Sightdien Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Ostzeug schreiben Mal wieder Und dann muss man Ja Joel Hier lang Und weiter Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Das fällt ganz schön auf So Die Zwischensequenzen Erzählen Und So Müssen wir da hoch Bestimmt Das sieht doch nach einem guten Weg aus Gar nichts Ja klasse Jetzt kommt die Sonne richtig hoch Jetzt wird schön die Facecam übersteuert Wunderbar Wie es ist gehört So was haben wir da drin? Da ist bestimmt was interessantes drin Ja Jawohl Tja Da sind wir Instinktiv richtig gelaufen So muss das sein Und du machst die Tür zu Na dann mal los Ah ah Was? Ich brauch ne Waffe Brauchst du nicht Joel Ich komm schon damit zurecht Nein Du Du bleibst hier Kann ich die eigentlich überspringen? Pfff Toll Dann warte Ich hab dich nicht erwischt Das ist aber cool Das hier muss echt der beschissenste Job sein Den du hier hattest Schön dass man das auch mal rausfindet hier War ja im Spiel war ja keine Beschreibung dabei Ich weiß ja gar nichts Das trau ich mich drauf Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau wie ich dachte Schroßflinte Sehr praktisch Vor allem gegen Klicker Bekomme ich die? Dann bekommen die die Ich kann sie nicht einfach zurück Dann schick sie weg Dass sie eben allein gehen Ich sag dir jetzt mal was Es gab mal jemanden Der mir wirklich sehr wichtig war Weißt du Mein Partner Ich hab mich eben um ihn gekümmert Und in dieser Welt bringt dir so einen Scheiß nur eins ein Du gehst drauf Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt Ich bin alleine echt besser drauf Will So ist das nicht Schwachsinn Es ist ganz genau so Hey Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf Finger weg Verdammt nochmal Ach Gott ist dieser freundlich Wenn du sie weiter an der Backe hast Wird dir das irgendwann das Genick brechen Will Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier Jawoll Wir ziehen das durch Schackern Jetzt kann's richtig losgehen Jetzt wird richtig gejagt Das ist das Spielzeug Das ist eine Nagelbombe Du musst sehr vorsichtig sein Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe Ja, ich kenne deine Fallen Nagelbombe Nagelbombe Diese starken Bomben explodieren wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden Mit R2 im Bogen geworfen und mit R2 strategisch platziert werden Nicht explodierte Nagelbombe können wieder eingesammelt werden Das ist schön Das ist schön Ah Sie belagerten den Truck Der fährt prompt gegen die Wand der Schule Da steht er noch mit der Batterie Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto Bingo Ich wollte sie holen aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier Aber scheiß drauf Joel braucht ein Auto Und wenn sie kaputt ist? Ne Erzähl du nur weiter, ich tue mal wir dürfen alles mögliche herstellen Das könnte klappen So, kannst losgehen Lass uns die Jagd beginnen Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast Mann, der soll man den Stock aus dem Arsch nehmen Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf Ja, schön Ne Kirsche Lass uns mal etwas beten Schön hast du es hier Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig Okay Okay Zeit zu packen Ellie, komm schon Okay Dort, da ist die Schule Okay Bereit? Werden wir sehen Oh mein Gott In War das Unicorn? Der Einhorn Highschool? Wir waren da Highschool Oh Krass Wenn du meinst Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus Okay Kein Thema Hey, hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig Oh mein, Klicker Noch ein Klicker Alles voll Klickerchen wieder Ahhhh Ich hasse Klicker, ich hasse es Klicker, klicker, klicker Klicker, klicker immer diese schleicherei hier so viele scheiß featuren hier ich brauch irgendwas zur ablenkung doch nur was was könnte ich hier zur ablenkung benutzen flasche flasche die flasche genau in unseren ausgang geworfen habe das wäre mich gerade gar nicht so cool ich habe es tatsächlich an den ausgang geworfen an den ausgang leute ok klicker sind an für sich ziemlich in anführungsstrichen harmlos es sei denn sie bemerken dich dann könnte es scheiße ausgehen da hoch wird da lang ich habe einen schlüssel wir sollten sehr leise sein ganz ruhig da sind ja alles klicke ok nein das sind normale das sind etwas gutes hier etwas wunderbares so den augen zack jawohl schönen schädelzettdampf zack schau nach ob sie etwas dabei haben nimm alles mit du hast vorhin nicht übertrieben oder das ist hier die frage das ist hier die frage ich weiß nicht mal wo ich überhaupt hin soll ich bin halt zu highschool das ganze würde ich schon sagen machen wir in der nächsten folge bis dahin machts gut und haut rein bis dahin machts gut loe